Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Heute ist auch der Felix mit dabei. Ja, hallo aus der Corona-Quarantäne. Felix ist gerade ein bisschen arm, hat Corona. Ja, gut. Haben wir ein bisschen Abwechslung mit dabei. Hoffentlich ist es TVS hier. Und ja. Ja, geht schon. Naja. Außerdem stehe ich wieder kurz vorm Ende, von daher. So habe ich es. Wir haben heute ein bisschen was vor. Deswegen würde ich sagen, fangen wir auch mal an. Jawohl. Ich würde sagen, wir starten einfach mal, oder? Alles andere besprechen wir während dem Aufrüsten. Oder kannst du dann während dem Aufrüsten erzählen? Welches Wetter hättest du denn gern? Bei uns scheint gerade Sonne und machen wir mal sonnig, wa? Okay. Hört mal vom Sound auch mehr. ÖGB 1116, Taurus 1. Wähle die Waggons-Dialog. Waggons-Listbox. 16. Bomba. Debitasto. Gedickte Güterwagen. Doppelstockwagen. Waggonanzahl. Text fehlt. 2. Blank. 2. Da ist schon mal die Waggons reingebaut. Ja, im Taurus-Kammerwagen dranhängen schon. Ich fahre jetzt mit 5 Doppelstockwagen, also ganz realistisch. Hinzu. Wie im Original auch. Wähle das Wetter-Dialog. Wetter-Auswahl-Listbox. Sonnig. Und dann nehmen wir Sonne, oder? Ja. Okay. Passt. Restriktiv Modus aktiviert. Okay. Mit PZB? Wie du willst. Ich mach bei uns ein Laufsch. Einen Staubsauger. Ja, mach mal. So. Wie du willst. Lichter. Ich würde sagen, wir fahren mit PZB. Rüsting gerade im Hintergrund schon auf die Lok. Ja, wir fahren heute nämlich, wir haben eine lange Strecke vor uns. Wir wollen versuchen komplett zu fahren, fahren wir die Neustadtstrecke. Bremse gelöst. Genau, auf der Südbahn von Wien-Hauptbahnhof tief nach Wiener-Neustadt-Hauptbahnhof. Das ist der REX-1. Hauptschalter aktiviert. Und ja, jetzt muss ich die Lok nur mal starten. Bremsausfall. Notbremse. Zwangsbremsung. Federspeicher gelöst. Ziefer. Zugbeeinflussung. Ja, er redet wenig. Aber er unterbricht immerhin nicht das Spiel. Sie fangen zwangsbremsen. Redonald-Express nach Hygie-Schäuung. Redonald-Express nach Wiener-Neustadt. Bremse nicht lose. Für einen Hörschaden nach diesem Sound sind wir nicht haftbar. Wie geht's denn? Sehr krass. Ähm, für einen Hörschaden nach diesem Sound sind wir nicht haftbar. Ja, stimmt. Das war der Sau. 100, 200, 250, 200. So, ich hab von der AFB die Zugriff mal eingeschränkt. 15 Uhr, 28, 28. Du hast es aber auch nicht ganz hoch gedreht, ne? Ich hab's auf 200 gedreht, um die Leute zu schonen. Wir haben ja Zeit. So, jetzt sind alle Leute drinnen. Sagen wir schließen mal die Türen. Ja, geschossen. Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen im Regionalzug nach Wiener-Neustadt-Hauptbahnhof. 5 km pro Stunde, 30 km pro Stunde, 45 km pro Stunde, 40 km pro Stunde. Sie erlogt die Fahrtbeschändigkeit, beträgt 60 km pro Stunde. Oh Gott. Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen im Regionalzug nach Wiener-Neustadt-Hauptbahnhof. 1250 m voraus, 45 km pro Stunde, 60 km pro Stunde. Ich hab das jetzt in E-B-B-Kleid. Ich hab das jetzt in E-B-Kleid. Soll ich mal die Zwangsbremsung zählen? Ja, genau, fang mal an, schreib am besten mit. 1000 m voraus, erstes Hauptsignal, der Grünen. Oder gut. 55 km pro Stunde, 40 km pro Stunde. Okay, was hast du gesagt? Ich sagte, entweder das oder auch wenn du über eine Station drüberbretterst. Ich sehe, beides getrennt von Wüsten. Ja gut, das ist 750 m voraus. Ich bin die Bilanz am Ende interessiert. Auf der Stelle gibt es verdammt viele Signale. Also ich halte nicht überall, weil wir im Regionalexpress fahren. Aber, ja, es ist unglaublich, wie viele Signale diese Strecke hat. Ich glaube, ich hab 15 Stationen oder so, bei denen ich entweder stehen bleib oder durchfahre. 500 m voraus. Aber jede von denen hat ein Signal. Das heißt, spätestens alle 3 km steht irgendwann auch ein Signal rum. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Wir werden schon irgendwie ankommen. Boah, kann nur ein bisschen dauern, ja? Ja, ja, ich meine, wir haben gerade ein gelbgrünes Strecke. Und das ist auch 40, deswegen fahre ich hier. Was hat er gerade gesagt, der 100 Meter voraus? Ja, die Station. Mach's last auf dem Platz, dass das ist. Hier kann ich so wenig Stationen. 200 m voraus. Was kannst du? Stationen kann ich auch so wenig. Für meine Heimstrecke. Nächster Halt. 100 m voraus. Bienen-Matz-Fenstorfer-Platz. 75 m voraus. HFB geaktiviert. Die Bremse ist bereits anbezogen. 50 m voraus. 30 m voraus. 15 m voraus. Bremse gelöst. Wir rollen langsam in den Platz. Nächstes Hauptsignal, gern grün. Türen geöffnet. Matz-Fenstorfer-Platz. Vorsicht beim Ausluseinsteigen. Mind the gap. Stehen wir. Ja. 15 Uhr 31, 25. 15 Uhr 32, 0. Ich bin stolz auf mich, wir sind sogar pünktlich. 0. Herzlichen Glückwunsch, Trumpf. 0. 453, 439. Okay, es steigt ein ganzer Haufen Leute aus. Im Idealfall sind die auch noch rechtzeitig alle draußen. Da sind sie. Pass auf. Türen geschlossen. Abfahrtssignal warten gleich. Aber ich kann die Tür schon mal schließen. 15 Uhr 31, 53. Auffahrt das Abfahrt. AFB, AFB, AFB. Nächstes Hauptsignal, gelb-grün in 2079 m. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 70 km pro Stunde. Das ist nicht ewig hin zu der 2.000 m voraus. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 2.000 m voraus. Okay. Das ist zwar wieder gelb-grün, also wieder 49er. 250. Aber trotzdem. Und ich habe die AFB jetzt auf freundet Zug aufgeschaltet. 1750 m voraus. Wir fahren. Ja, wir fahren. Außen. Nächste Station. Zugstütze. Zugende. Kuffer. Vor dem Zug. 1.500 m voraus. Was war unser Zug? Ja. Aber gehen wir mal wieder rein. 2.500 m voraus. Nächstes Hauptsignal, zweimal schul in 1235 m. Aber Dings. Kritisch geeignet. Ja, stimmt. Genau. Wie gesagt, will ich auf jeden Fall reingeben. Das ist mir ganz ehrlich noch nicht wie... 1.000 m voraus. Nächstes Hauptsignal, zweimal schul in 1235 m. Aber Dings. Fritisch geeignet. Ja, du darfst eine 1.200 m voraus bleiben. Oh, ich höre es gerade. Okay. Ich habe abgebremst und habe in dem Moment gedacht, ich habe jeden was vergessen. Bremse gelöst. Ja, ey. AFB. 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 Ich habe vergesst noch Wachsignal, aber ich sei. Nochmal. 55 km pro Stunde. 40 km pro Stunde. Da war eine 60er-Begrenzung. Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 km pro Stunde in 700 m voraus. Und ich habe abgebremst, ganz klar. Ich habe hier, ich höre es gar nicht. Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 km pro Stunde in 700 m voraus. Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km pro Stunde in 700 m voraus. 35 km pro Stunde. Ja, interessant. Das ist wieder dieser Fehler. 25 km pro Stunde. 20 km pro Stunde. Naja. 500 m voraus. Das wäre nicht möglich. Das war schon Wohlsignal. Ich habe noch 480 m voraus. 25 km pro Stunde. 30 km pro Stunde. Ich habe ja einen Fahrplan. 15 Uhr 34, 35. 15 Uhr 37, 0. Weil wir haben eh ewig Zeit. Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km pro Stunde. Den 700 m voraus. Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km pro Stunde. Den 700 m voraus. Den 700 m voraus. 25 km pro Stunde. 20 km pro Stunde. Wie bitte? Dieses Phänomen verunsichert mich immer übelst. Ja, verstehe ich. Mich würde es auch verunsichern. Aber ich kenne die Route ungefähr so gut wie meine eigene Westentasche. Von der bin ich da. 200 m voraus. Ich bin mir safe, was das gefällt. Kannst du ja nachher mal rausnehmen, den Fehler. Ja, nehme ich nachher raus. Er wurde eh schon bei den meisten Muten ausgemerzt. Nur bei der er ist er noch drin. Zu viel Geschwindigkeitsänderung auf zu kleinem Raum. Und viele von denen sind gar nicht nötig. 100 m voraus. Ich werde einfach ein paar Geschwindigkeitsbegrenzungen killen und dann hat sich das. 75 m voraus. Nächster Halt. Next Stop. Wien Meiling. 50 m voraus. Führe Anschlüsse. Oder Bahnhof. 30 m voraus. Meiling ist ziemlich groß, ja? 15 m voraus. Die Bremse ist bereits angezogen. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 20 km pro Stunde. Bremse gelöst. Nächstes Hauptsignal. Die Bahnanschluss über die Linie gesetzt. Führe geöffnet. S-Bahn U6. Führe Anschlüsse. Logischerweise S-Bahn-Anschlüsse. Und liegt nur zwei St-Rams im Hauptbahnhof entfernen. Das heißt, alle Züge Richtung Westen und Süden, die am Hauptbahnhof halten, halten auch in Meiling. Okay. Das sind gefühlt 20 Züge die Stunde. Boah. Wie oft fährt der Taurus bei euch noch? Taurus fährt bei uns jeden Regionalexpress. Okay. In Österreich sind wir ja die Universallokomotiven schlechthin. Nicht wie in Deutschland, wo man die Dinger, die gibt es nur unter 100. Wir haben in Österreich 332 Stück. Wie sieht es beim Taurus 3 aus? 50 Stück. Okay. Ist das eigentlich der E-Tour oder der Neuere? Taurus 3 ist der Neuere. Und wir fahren gerade mit dem Älteren. Ja. Der Neuere hat keine Tonleiter mehr. Und ich persönlich, also wenn ich mich entscheiden muss, dann nehme ich die Tonleiter. Ganz ehrlich. 15 Uhr 36, 51. Null. Ich will die Türen schon mal zumachen. Türen geschlossen. Bin schon dabei. Yes, sir. AFB, 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 AFB. Wann war jetzt ein Problem? Okay, schreib mir zwei. Was soll denn jetzt? Nächstes Hauptsignal, Rote 1778 Meter. Hä? What? Egal. Ich habe einen SPAT, wie es im Englischen sagen, Signal Passed at Danger. Oder auch, ich habe ein Brotensignal überfahren. Bremse gelöst. Was war aber vorher noch zweimal grün? Was ist das für ein Problem? Egal. Fahren wir mal langsam weiter. Das nächste Signal ist eh auch hoch und wenn man es mischt. Nächstes Hauptsignal, Rote 17, 145 Meter. Geil. Hier erlaubt die Fahrgeschwindigkeit beträgt 30 Kilometer pro Stunde. 25 Kilometer pro Stunde. 30 Kilometer pro Stunde. So. Sei bitte so gut und erinnere mich dran, dass ich auf 40 kmh bleiben will. Ich habe nämlich den restriktiven Modus noch drin und kann deswegen nicht schneller fahren. Aber aus dem lohnt es sich nicht rauszugehen, weil der gleiche Rote Signal kommt. Nächstes Hauptsignal, Rote 1560 Meter. Ja, wo ist dieser Zug? Welcher Zug ist das bitte? Der da vor mir ist. Vor mir ist eigentlich nur ein Railjet. Dann sollte mich nicht so krieren. Aber okay. 35 Kilometer pro Stunde. 40 Kilometer pro Stunde. Ist der Spiegel eingefahren worden? Ja. Nächstes Hauptsignal, gelb-grün in 1283 Meter. Okay. Wir sind safe. Ich befreie mich immer noch nicht. Macht keinen Sinn. Ich darf nun nicht ohnehin nur 40 fahren im Signal. Aber es ist immerhin gelb-grün. Das heißt, der Zug ist schon etwas weiter weg. AFB, die Bremse ist bereits angezogen. Ui, drei. Ui, drei. Was ist denn jetzt? Nächstes Hauptsignal, gelb-grün in 1038 Meter. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung dazu gefahren. Nein, eigentlich nicht. Dürfte irgendwas von der PZB gewesen sein. Wahrscheinlich habe ich mich zu spät aus dem respektiven Modus befreit. 4192 Meter. Ja, das war's. Er hat mich schon befeilen müssen. Jetzt brauche ich es auch noch. Mach's, oder? Nächstes Hauptsignal, grün. Ach, nee. Nächstes Hauptsignal, grün in 972 Meter. 45 Kilometer pro Stunde. Hey, ich darf sogar Strecken geschwindig fahren. Großartige 50. Außen. Nächste Station. Zugspitze. Zugende. Ufer. Vor dem Zug. AFB aktiviert. AFB aktiviert. AFB. AFB. Das ist ein Echoeffekt. Zug, du stopf hast. AFB. Ich habe es zuerst abgedreht und dann direkt wieder aufgedreht. Versehentlich. Und deswegen klang das da. Nächstes Hauptsignal. Grün in 484 Höhen. Das ist in der selben Stunde, wie du euch auf die Anlage bist. Ja, das ist die Schöne. Was war da? Das ist eine Kurve. Was ist zum Beispiel auch neu, dass zufällig Kurven-Sounds positioniert werden an der Strecke. Nicht, weil sie da wirklich hingehören, sondern einfach der Abwechslung wegen. Hört man die nun draußen oder auch drinnen? Hört man drinnen auch, aber drinnen hört man andere. Ich bleibe jetzt die nächste Zeit sowieso mal drinnen. Ich fahre ja lieber von drinnen als von draußen, muss ich ehrlich sagen. Was wirst du? Ich fahre lieber von drinnen als von draußen. Ja, ich auch. Demnach wirst du sicher noch ein bisschen was hören dürfen. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 100 km pro Stunde. Nächstes Hauptsignal, zweimal grün in 2916 Meter. 55 km pro Stunde, 70 km pro Stunde, 80 km pro Stunde. Ich habe mich befreit. Das nächste Signal ist zweimal grün. Aber... Außen. Innen. Bis dahin habe ich noch ein Stück. Und wer weiß, vielleicht sind sie bis dahin dann noch grün. Nächstes Hauptsignal. Drinnen 2454 Meter. Ja, ist es. Okay, gibt gar nicht. 85 km pro Stunde, 100 km pro Stunde. Unterlüfterdriebe hoch. Genau. Wie ein startendes Triebwagen. Ein bisschen, ne? Stimmt. Machen wir eigentlich nicht in Wien, aber egal. Was denn? Hupen. In Wien ist Hupverbot und das ist immer noch in Wien. Warum ist der Hupverbot? Womit es ruhiger ist. Also für die Bahn eigentlich nicht, aber für die Autos. Gibt es sicher in manchen deutschen Städten auch. Ich glaube ja. Nächstes Hauptsignal, grün in 1469 Meter. Ne, das Signal ist immer noch grün. Nach dem Signal kommt dann bald schon die Station. Also das auf das folgende Signal ist dann schon das Ausfahrsignal. Das finde ich gut gemacht. Nächstes Hauptsignal, grün. Ja. Ich habe das jetzt einfach mal bestätigt. Ich habe das Signal jetzt einfach mal bestätigt, zur Sicherheit. Aber es ist eh nichts passiert. Ich bin immer alles gut. Nächstes Hauptsignal, grün in 676 Meter, 2000 Metern voraus. Das ist unentschön. Wie wird das? Eine Spindigkeitsbegrenzung von 80 Kilometer pro Stunde in 700 Metern voraus. Ansagt, wann wir meine Station sind ganz schön. Ja. Das habe ich ja vor ein paar Wochen mal einprogrammiert. 95 Kilometer pro Stunde, 80 Kilometer pro Stunde. Da wurde ich dringend gebeten, eh von irgendwem aus dem Beta-Team, ob man das nicht einprogrammieren könnte. Es kommt eine 80er-Begrenzung, deswegen bremse ich. Was ist jetzt eine Kurve von innen? Sind wir noch pünktlich? Nein. Wir sollen jetzt 10 Sekunden aus dem nächsten Bahnhof rausziehen. Das geht sich nie aus. Warte kurz. Wir sollen denn, na, wir sollen schon aus dem nächsten Bahnhof rausgefahren sein und wir sind noch nicht mal dort. Also das ist ein bisschen zu spät. Aber das können wir vielleicht wieder aufholen. Beziehungsweise das holen wir sicher wieder auf. Ich bleib nämlich einfach in Leasing kürzer stehen. Aber ja, das ist immer so. Zwischen Miling und Leasing sammeln die Züge immer ordentlich für Spätung, weil da noch so viele Züge vor ihnen fahren, dass die Signale teilweise eben gelb oder doppelt grün sind, wie wir es jetzt auch hatten. Ja, genau, genau die gleiche. Weißt du, wer das ist? Ja, Chris Lohne heißt sie. Mittlerweile in Pension. Früher auch die Ansagen am Bahnsteig gesprochen. Für die wird jetzt ihre Stimme digitalisiert. Und die spricht das jetzt. Ein bisschen Werbung. Ich habe auf meinem Kanal ein Video von der aktuellen Covid-19-Informationsanlage. Also von der vom letzten Jahr. Das ist die digitale Version von ihr. Kannst du mal anhören nachher. Moment, nochmal. Die Stimme von der Chris Lohne wurde digitalisiert. Okay. Als sie in Pension gegangen ist. Und ich habe auf meinem Kanal ein Video hochgeladen von der Covid-19-Informationsansage von letztem Jahr. Und die wird von der digitalen Chris Lohne gesprochen. Kannst du dir mal anhören? Die haben wir bei uns ja auch. Ihr habt eine andere Stimme. Aber ja, eure ist auch digital. Wer ist das? Weißt du das? Ich weiß nicht, wie sie heißt. Also die neue heißt Heiko Graul. Das ist dieser Mann. Und die Frau? Keine Ahnung, wie die heißt. Baby. Nächstes Hauptsignal, grünen 1106 Meter. Ja, der ganz schön ist, dass man sie aufgenommen hat, die gute Frau. Nächstes Hauptsignal, grünen. War viel Arbeit, glaube ich. Bei uns in den REs waren ja jetzt die Anna genetzt. Stimmt, genau hast du erzählt, ja. Finde ich ja auch schräg. Wieso? Bei uns in Österreich haben sie es probiert mit einer Computerstimme auf den Bahnsteigen mit der Petra. Die sagt dir vielleicht sowas. Ja, klar. Und die kam bei den Fahrgästen so schlecht an, dass sich sogar der Fahrgastverband darüber beschwert hat. Dann wurde es der digitale Chris Lohne. Also, muss ich auch sagen, die Petra, die war ganz schlimm. Nächstes Hauptsignal, die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 90 Kilometer pro Stunde. Ja, das wäre schon super. 85 Kilometer pro Stunde, 90 Kilometer pro Stunde. Dann fahre ich wieder mit der RB69 und der RB89. Stadler Flirt habt ihr da, oder? Jawohl. Ah ja. Ja, die gibt es in Österreich. Ich glaube überhaupt nicht. Die Flirt. Die Südtiroler Verkehrsgesellschaft fährt welche, die kommen manchmal nach Innsbruck. Aber sonst? Einmal durch den Tunnel, oder was haben wir da hin? Wieder eine Kurve. Tunnel ist hier keiner. Tunnel kommt erst später, irgendeiner. Bei Gumpelskirchen. Kann ich dir dann sagen, wenn der kommt ungefähr. Nächstes Hauptsignal, zweimal grün. 85 Kilometer pro Stunde, 70 Kilometer pro Stunde, 60 Kilometer pro Stunde. Wir bremsen runter. Ja. Auf 60. Geschwindigkeitsbegrenzung von 75 Kilometer pro Stunde, die in 700 Metern voraus. Ja, die Lok reagiert nur deutlich steiler als ein Flugzeug, sagen wir es mal so. Ach nee. Aber ein Flugzeug ist dafür deutlich stärker. Weißt du, wie viel PS ein solches Düsentriebrack hat im Durchschnitt? Nee. Wer zuckt aus? Ja. Ja. 2500 Metern voraus. Müssen wir die A380 ja nicht mehr benutzen, ne? Fliegen die gerne mal, oder? Von der Lufthansa aus zumindest nicht. Ah ja, ja, Emirates hat glaube ich noch welche, aber die hieß sowieso. Nächstes Hauptsignal, grün, 2250 Metern voraus. Haben wir bei Mitten- und Flughafen Frankfurt die Abschlussfolge. Ah ja. Nächstes Hauptsignal, zweimal grün, 2142 Meter. Hm. Naja, ich kann wieder ein bisschen Gas geben. Bis zum nächsten Kilometer pro Stunde, 70 Kilometer pro Stunde, 2000 Metern voraus. Nächstes Hauptsignal, zweimal grün in 1873 Metern. Okay, das Signal ist ziemlich... Die Dame war glaube ich bei der ÖBB angestellt. 1750 Metern voraus. Wie bitte? Die Dame, die auf der Station spricht, war glaube ich bei der ÖBB angestellt, ja? Genau, als Sprecherin. Also ich weiß nicht, ob sie angestellt war oder ob sie einfach im Vertrag war für die Ansagen. Aber sie hat auf jeden Fall ein Dienstverhältnis dort. Weil die muss ja für sämtliche Züge praktisch die Stationen aufnehmen. Stationen wurden meistens nur einmal aufgenommen und in die Züge dann eingespielt. Aber ganz viele Phrasen hat sie halt extra aufgenommen. Also es werden sicher 1000 oder 1500 Sprachfragmente sein, die dann zusammengestopselt werden. 1000 Metern voraus. Nächstes Hauptsignal, zweimal grün, 65 Kilometer pro Stunde. 60 Kilometer pro Stunde. Wie bitte? Halten die Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Das sagen sie bei uns gar nicht. Bitte? Sagen sie bei uns gar nicht. 750 Meter voraus. Wenn bei uns ein Zug durchfährt, dann sagen sie immer nur, Achtung, Zugfahrt, Bahnsteig 2. Kinderwagen und andere Gegenstände bitte festhalten. Bei uns kommt Achtung auf Gleis 2. Ein Zug fährt durch. Ich wiederhole. 500 Meter voraus. Achtung an Gleis 2. Ein Zug fährt durch. Ja, das ist bei uns so super. Wenn die Ansage kommt, kann es sein, dass der Zug entweder 10 Sekunden später vor dir vorbeidonnert oder es kann sein, dass es noch 2 Minuten braucht. Das denke ich mir dann auch immer so. Ja, gut. 200 Meter voraus. Nächster Halt. Next Stop. Mödling. Für ihre Anschlüsse. Ja, die Bremse ist bereits angezogen. Mödling, genau. 75 Meter voraus. 50 Meter voraus. 30 Meter voraus. Wie viele Zwangsbremsungen habe ich eigentlich? 15 Meter voraus. 2. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 100 Kilometer pro Stunde. Bremse gelöst. Durch eine Station durchgerutscht bin ich aber noch nie, oder? Nächstes Hauptsignal. Grün. Gut, das wäre auch echt abendsinnig gewesen. Türen geschlossen. Für ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere... Rechtrichtige Modus aktivieren. Das Witzige ist, abgesehen von den S-Bahnen, die auf der gleichen Strecke fahren wie wir, gibt es hier keine Anschlüsse. Türen geschlossen. Nächstes Hauptsignal. 2 Mal grün in 4079 Meter. 65 Kilometer pro Stunde. 95 Kilometer pro Stunde. 100 Kilometer pro Stunde. 15 Uhr 52, 27. 15 Uhr 57, 0. Okay, das geht sich aus. Oder es könnte sich zumindest ausgehen. Wir haben viereinhalb Minuten, um zum nächsten Halt zu kommen. Das ist Baden. Okay. Können wir mal eine Strecke um in Kärnten bauen, vielleicht? Da müsste ich wenigstens, wo ich bin. Was sind denn die Orte, die du da kennst? Dann kann ich mir mal überlegen, welche Route da vorbeiführt. Also wo ich war in Kärnten, war Spiedal am Milchstädter See. Ah ja, das ist der untere Teil der Rudolfsbahn. Da können wir doch mal bauen. Oder den Drautalbahn. Ja, können wir machen. Welches Triebfahrzeug fährt denn das? Die Frage ist in Österreich ganz easy zu beantworten. Überall, wo was elektrisch unterwegs ist, fährt mindestens im Güterverkehr ein Taurus. Im Regionalverkehr meistens ein Cityjet oder ein Talent. Und im Fährtverkehr meistens ein Railjet oder Eurocity oder ein Intercity. Das war's. Eurocity haben wir denn drin? Eurocity, da kannst du einfach den Taurus nehmen. Und die entsprechenden Wagen muss ich noch bauen. Wir werden auch meistens mit Taurus oder Lf44 gespannt, je nachdem. Nächstes Hauptsignal. Lf44 ist drei, ein Roller lang. Genau der. Der hat bisher auch nur eine Route. Welche ist das? Äh, die Ostbahn. Von Wien Richtung Ungarn. Richtung Ungarn. Ungefähr 70 Kilometer. Über die Grenze drüber oder los? Äh, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich sie bis zur Grenze gebaut habe oder sogar weiter, aber ich glaube, bis Hegelschalom. Das wäre ja der Grenzort. Du kannst ja schauen, ob du den da auch bei Kärnten bauen kannst. Ja? Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 Kilometer pro Stunde in 700 Metern voraus. Kennst du sonst auch noch was von dort unten? Nicht wirklich. 95 Kilometer pro Stunde. 70 Kilometer pro Stunde. Ähm, aber der Tauern wird dir wahrscheinlich was sagen, oder? Wenn du da immer rumgefahrt. Ja, ja, die Tauern Autobahn, ja. Genau. Da gibt es auch eine Eisenbahnstrecke über den drüber. Ah. Über die Grenze. Die kann man zum Beispiel bauen. Das ist ein Berghaus, oder? Erstes Hauptsignal, grün. Ja, genau. Also ein Bergmassiv. Ein ziemlich großer Berg. Und der hält in Milchstädter. Es gibt einen Range-Rid, der über die Tauern abruft und ich glaube, der hält auch am Milchstädter See. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist schön, da Urlaub zu machen. Ich war da schon zweimal, war immer schön dort. Ja. Ich war ja Anfang des Monats auf Sportwoche. Wir waren in Fark am See. Und ja, das heißt wirklich so. Okay. Ich musste mal ein Video schicken von Chris Lohrner. Da gab es so Ansagen Hopperlers, die halt beim Aufnehmen entstanden sind. Und da war unter anderem ein Park am See drinnen. Das hat sie auf eine Art und Weise ausgesprochen. Wenn ich das jetzt sage, dann würde mein Video demonetisiert werden. Von dem her lasse ich das mal. Okay. Nicht ganz jugendfrei. Nächstes Hauptsignal, Grün. Ich schicke dir das Video nachher mal. Ist witzig. Habe dir aber vor. Nächstes Hauptsignal, Grün in 1460. 15 Uhr, 55, 56. Okay, habe ich vorher gesagt, das geht sich aus? Ja, habe ich. Das geht sich aus. 75 Kilometer pro Stunde. 80 Kilometer pro Stunde. Ich komme niemals pünktlich nach Baden. Das geht gar nicht. Ich habe für die Lüfter läuft im Hintergrund eine Berechnung. Und je nachdem, wie warm in Anführungszeichen die Motoren sind, also wie viel ich Gas gebe, wie viel ich brems, wie viel ich rolle, so schalten die Lüfter. Okay. Also es hängt wirklich vom Fahrverhalten ab. Deswegen, die werden bei keiner zwei Routen genau gleichschalten. Da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Nächstes Hauptsignal, Grün in 422 Meter. Okay, das Signal ist egal. An dem fahren wir vorbei. Dann kommt noch das Signal von Gumpolskirchen. Und dann müsste schon Baden sein. Und im Idealfall ist Gumpolskirchen auch grün. Nächstes Hauptsignal, Grün in 66 Meter. Nächstes Hauptsignal, Grün. Nächstes Hauptsignal, zweimal Grün in 3226 Meter. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 110 Kilometer pro Stunde. 90 Kilometer pro Stunde. 110 Kilometer pro Stunde. Aber das ist noch ewig hin. Von dem her gebe ich jetzt erstmal Gas. Ich muss ein bisschen Zeit reinholen. Gleis 3. Wieder Neustadt-Südbahn. Verspätung mit mindestens 3 Minuten. Bei uns sagen sie erst auf 5 Minuten Verspätung überhaupt was an. Ja, bei uns ist das auch so. Ja. Voll ja auch so schön im Zug. Bei den neuen REs. Es ist ja so Bing, Bing, Bing. Nächster Halt. Gütersloh Hauptbahnhof. Planmäßige Ankunftszeit. Und heutige Ankunftszeit. Ja, das ist immer besonders super. Also halten sie es einem dann noch so richtig vor. Hey Leute, wir sind wieder zu spät. Wir hatten ein neues Opfer. Ihr seid unpünktlich. Nein, ich kann meinen Bus berechnen, ob ich den noch kriege. 105 Kilometer pro Stunde. 80 Kilometer pro Stunde. Ja. Nein, es kommt schon wieder eine Geschwindigkeitsbegrenzung und ich muss schon wieder abbremsen. So werde ich aber nie pünktlich. Egal. Nimm den an Beispiel an der DB. Denn es ist sowieso wurscht, ja. Na, ich habe mal ein Hörbuch gehört. Ganz witzig. Thank you for traveling heißt das. Aber halt auf Deutsch geschrieben. Also thank you for traveling. Und da kamen zum Beispiel die in Anführungszeichen wahren Bedeutungen von Ansagen vor. Okay. Eine war zum Beispiel Nächstes Hauptsignal. Zweimal grün. Warte kurz. Nächstes Hauptsignal. Grün in 866 Meter. Engine start. 75 Kilometer pro Stunde. 60 Kilometer pro Stunde. Ich bremse jetzt trotzdem mal ab. Auch wenn das Signal wieder grün ist. Aber ich will, dass ich abbremse. Nächstes Hauptsignal. Grün in 614 Meter. Ja, jedenfalls. Da kommt zum Beispiel vor, dass wegen eines technischen Defekts sich die Weiterfahrt leider um mehrere Minuten verzögert. Und die in Anführungszeichen wahre Bedeutung davon ist, dass der Bahnübergang auf der Landstraße 100 Meter vor uns gesperrt ist und es kein Absperrband im Zug gibt. Das heißt, der Zugbegleiter muss zum nächsten Baumarkt laufen, Absperrband kaufen, den Bahnübergang sperren und das, dann können wir weiterfahren. Es ist echt witzig, das ganze Hörbuch besteht, dass diese Dinge... Geil. Wo gibt's das? Hast du Audible? Nein. Da gibt's das nämlich. Ich meine, vielleicht gibt's das auf Apple Music, wenn du das hast. Ja. Ich such nachher mal und schreib mir, wo's es gibt. Es ist echt cool. Den Motoren ist heiß. Nächstes Hauptsignal, zweimal grün in 1630 Meter. die Viertelstation funktioniert. 60 Kilometer pro Stunde, 80 Kilometer pro Stunde. 80 Kilometer pro Stunde. Hä? Oh, ich bin ja auch dumm. Bremse gelöst. AFB. 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 Nächstes Hauptsignal, zweimal grün in 1436 Meter. 75 Kilometer pro Stunde. 60 Kilometer pro Stunde. Dieses Mal habe ich vergessen, mich zu befreien und zu früh Gas gegeben. Es war logisch. 5 Kilometer pro Stunde. 4 Meter pro Stunde. 4. okay. Cool. Bei der wievielten Stationszimmer? Äh, zähl mal mit. Wir hatten Massensdorf-Vorplatz, Meiling, Leasing, Mödling und jetzt kommen wir nach Baden, die fünfte. Wir haben noch Bad Wieslau, Leoberstorf, Felixdorf und Wiener Neustadt und planmäßig sind wir um 21 in Wiener Neustadt. Das geht sich aber niemals aus. 750 Metern voraus. Ja gut, aber das kriegen wir doch gut hin. Also 21 spielinterne Uhr versteht sich. Auf der ist es jetzt. 16 Uhr 1, 47. 16 Uhr 1. Ja, wir sollten eigentlich schon in Bad Wieslau sein und kommen wir grad was bauen. Die sind zwei Stationen in der R. Ja, so kann man das auch sagen, genau. 300 Metern voraus. Keines Entschuldigungspfeifen für die Fahrgäste. 200 Metern voraus. Nächster Halt, Next Stop, Baden. Ich will nicht fahren. Ich will nicht fahren. 100 Metern voraus. Wie bitte? 50 Metern voraus. 50 Metern voraus. 30 Metern voraus. Nicht schlecht, nicht schlecht. 15 Metern voraus. Meistens wäre es peinlich, wenn ich auch noch in der Station durchfahre. Okay, das geht sich jetzt. Nächstes Hauptsignal, grün. Türen veröffnet. Restriktivmodus aktiviert. 65 Kilometer pro Stunde. 80 Kilometer pro Stunde. Wie bitte? Soll ich den Richtungswende wieder auf Neutral drehen? Wieso? Und wieder Motorwechsel. 16 Uhr 3, 4. 15 Uhr 57, 9. Ja, uff. Das sind sechs Minuten verspätet. Aber hey, das ist früher als meistens, wenn ich unterwegs bin. Oder nicht meistens, aber immer mal wieder. Ich komme regelmäßig mit 10, 15 Minuten Verspätung ab. 30. Okay. Entweder in die Richtung oder in die Gegenrichtung. In die Gegenrichtung ist aber blöd. Da geht es nämlich in die Schulen. Türen geschlossen. Ab geht's. Nächstes Hauptsignal. Grün in 8 Metern. FB 89. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 100 Kilometer pro Stunde. 85 Kilometer pro Stunde. 100 Kilometer pro Stunde. Nächstes Hauptsignal. Grün in 4306 Metern. So, jetzt haben wir Ruhe bis Bad Fusslau. Da kann ich jetzt einfach Gas geben. Leder. Fahr mal. Bibi. Außen. Nächste Station. Zugschütze. Züge. Ufer. Vor dem Zug. Innen. Nächstes Hauptsignal. Grün in 3647 Meter. Okay. Und danach geht's wahrscheinlich auch besser. Wir haben dann zwischen den Stationen, wo wir halten, nur noch maximal zwei Signale stehen. Und höhere Geschwindigkeitserlaubnis. Also von dem her, soll es ab jetzt eigentlich ganz okay werden. Wir holen vielleicht noch ein bisschen Zeit rein. 16.04.42. 16.02. Aber ja, wir sind drei Minuten zu spät und stehen noch nicht mal dort. Bist du auch öfter zu spät mit deinem Zug, Felix? Ja. Wenn ich fahre, wenn du nach Soest. Ja. Selten ist. Ah ja. Wieviel hast du in der Umsteigerzeit? Mh... 2500 Meter voraus. In beide Richtungen fünf Minuten immer, oder? Nein. Auf der Rückfahrt fünf Minuten. Auf der Hintfahrt. Über gut, da ist das nicht das Problem, weil ich mich noch mit einer Kollegen treffen war. 2250 Meter voraus. Habe ich schon ein bisschen Zeit, aber... Wenn ich alleine fahre... Lass mich rechnen. 2000 Meter voraus. Lass mich rechnen. Wie kommt denn... Ah... Hälfte... Ah... Ja... 1750 Meter voraus. Ja, das geht. Mit Gleiswechsel? Ja, ja, das geht schon. Und Koffer? Ja, ja. 1500 Meter voraus. Ich bin schon in fünf Minuten quer über den Bahnhof Meitling gelaufen. Von Gleis 1 rüber auf Gleis 8. Wie bitte? Wie viel Zeit? 1250 Meter voraus. 5 Minuten. Zur Rushhour. Also das war voll. Nächstes Hauptsignal. Grün in 1120 Meter. Dong, dong, dong. 1000 Meter voraus. Nächstes Hauptsignal. Grün. Nächstes Hauptsignal. Gleissel. 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 So, wir sind jetzt da. 750 Meter voraus. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Kilometer pro Stunde in 700 Meter voraus. Gleissel. 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 Aber erstmal muss hier die Ansage kommen. Und ich anhalten. HFW beaktiviert. Die Bremse ist bereits angezogen. 300 Meter vor uns. 90 Kilometer pro Stunde. 80 Kilometer pro Stunde. 200 Meter vor uns. 100 Meter vor uns. 75 Meter vor uns. 50 Meter vor uns. Bremse gelöst. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 80 Kilometer pro Stunde. 30 Metern voraus. Rausfahren darf ich dann nur mit 80, aber ich habe die AFB eh schon runtergedreht von denen. 15 Meter voraus. Nächstes Hauptsignal. Türen geöffnet. 16 Uhr 7, 31, 16 Uhr 2, 0. Wir sind fünfeinhalb Minuten zu spät. Halleluja. Wir sollten schon in Leo was draufstehen. Restriktiver Modus aktiviert. 0. 254. 242. So komm, wir bauen das Klima noch mal rauf, gell? Wie bitte? Die Zeitklima war auch nicht mehr drauf. Türen geschlossen. Nein. Wird sich nicht ausgehen. AFB aktiviert. ASB. 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 Nächstes Hauptsignal. Kommen in 2 Meter. Nächstes Hauptsignal. Kommen in 2.75 Meter. Ja, genau. Das ist das Signal von Kottingbrunn, aber das ist eh grün. Na, die Zeit kriegen wir definitiv nicht rein. Ja, ich glaube, ich habe bei den Geschwindigkeitsbegrenzungen ein paar falsche Einträge. Die sind für die S-Bahn gedacht, offensichtlich. Okay. Die S-Bahn hat nämlich mehr Zeit. Die steht zum Beispiel in Pfaffstetten. Das ist kurz vor Baden, da sind wir durchgefahren. Steht die S-Bahn 7 Minuten. Davor steht sie in Mödling schon mal 7 Minuten. Das heißt, die kann praktisch keine Verspätung aufbauen. Die muss halt Züge vorbeilassen, deswegen steht sie da immer. Die S-Bahn ist ja deutlich langsamer. Die hält nämlich überall. Also an jeder Stelle, wo ein Signal ist, ist er eigentlich im Bahnhof. Und an jedem dieser Bahnhöfe hält die S-Bahn. Ja. 2500 Meter voraus. Nächstes Hauptsignal. Grün. Brav. Nach Kottingbrunn dürfen wir vielleicht noch schneller fahren. 2250 Meter voraus. Also vielleicht. Bitte? Wir dürfen vielleicht schneller fahren nach Kottingbrunn. Also gleich nach dem Signal. Du hast es doch einprogrammiert. Ich habe es einprogrammiert, aber ich bin mir hier nicht mehr sicher. Ich komme selten so weit, weil meistens, in letzter Zeit, wenn ich programmiere, dann teste ich meistens nur. Und da fahre ich dann immer nur die ersten paar Meter in der Strecke. 1750 Meter voraus. Aber ich muss die Begrenzungen noch überarbeiten, weil in echt sind sie hier deutlich schneller als diese 80. Ich lasse einfach das nächste Mal, wenn ich mit dem Regional Express fahre, mein Handy mitlaufen mit dem Tacho. Dann weiß ich, wie schnell sie wo fahren. 1500 Meter voraus. Nächstes Hauptsignal. Grün. Nächstes Hauptsignal. Grün in 1388 Meter. Okay, ja, jetzt lohnt es sich auch nochmal Gas zu geben. Mal abgesehen davon, dass ich es eh nicht darf. 1250 Meter voraus. Sind nämlich gleich schon in Leerobersdorf. Dann kommen noch zwei Stationen, ne? Na, Felixdorf und Wiener Neustatz. Na, hallo, Herr Kollege. Ich habe keinen Dorf gehoben, ne? Wusste ich zumindest, ne? 750 Meter voraus. Ja, es ist immer so witzig, wenn ich heimfahre von der Schule und ich lasse mich abholen, dann rufe ich halt immer an, wo ich hinfahre. Und ich sage nicht, ich fahre nach Leerobersdorf oder ich fahre nach Felixdorf oder ich fahre nach Wiener Neustadt. 500 Meter voraus. Sondern ich sage entweder, ich fahre nach Leo, ich fahre nach Felix oder ich fahre nach Neustadt. Also, halt einfach, ob es abzukürzen irgendwie. Ich habe keinen Bock, da die Vorausdorf auszusprechen. Hier gibt es sogar Anschlüsse. Hier zweigt eine Stichstrecke ab. Ne, Dieselbetriebe, ne? 50 Meter voraus. Die gingen früher bis in Völken. Das waren ungefähr 80 Kilometer oder so. Aber, ja, jetzt. Gibt es noch Strecke für die D-Seo Classic, die du bauen können? Nächstes Hauptsignal. Äh, ja, im Raum Wiener Neustadt. Achso, na, die aus Wiener Neustadt, die habe ich schon alle gebaut. Die aus Wiener Neustadt habe ich schon alle gebaut. Aber, ja, es gibt noch welche. Ehe hier in der Gegend. Die kommt kurz vor Felixdorf gleich dazu. Die entsprechen der Strecke. Die führt Richtung Wien. Ein Stückchen östlich von hier. Ab jetzt wieder. Nächstes Hauptsignal. Grün in 4.435 Meter. 4 Kilometer bis zur nächsten Station. Bis zum nächsten Signal, ja. Das ist Solana dann. Bis zur nächsten Station ist es 5,6. Okay. Warum ist hier immer noch ein 80 Kilometer pro Stunde? Die erlaubte Fahrbeschwindigkeit beträgt 100 Kilometer pro Stunde. 85 Kilometer pro Stunde. 100 Kilometer pro Stunde. 16 Uhr 12, 41. Ja was, wir sollten schon in Felixdorf rausgefahren sein. Aber hey, wir haben Zeit eingeholt. Wir sind nur noch 5 Minuten verspätet. 30 Sekunden. Wow. Hey, freu dich. Bis wir in der Neustadt schaffen, ist es vielleicht noch 4,5 Minuten. Ich bin auf dem, wenn die Signale mitspielen. Außen. Ich bin auf dem, wenn die Signale mitspielen. Ich meine, ich halte mich heute ja auch an alle Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ich könnte ein bisschen schneller fahren. Aber mal abgesehen davon, dass es den PZB nicht gerne hat, ist es auch unrealistisch. Das dürfen sie nämlich gar nicht. Das kann richtig blöd ausgehen für den Lokführer. Wenn bei einem Zug der Datenrekorder ausgewertet wird und es wird festgestellt, dass er wohl zu schnell war, dann können die Leute genau rausfinden, wer da gefahren ist mit dem Zug. Der Lokführer kann dann vom Dienst suspendiert oder sogar entlassen werden. Oh. Mhm. Also macht keiner mit anderen Worten. Auch wenn es manchmal so wirkt, als ob. Aber es macht keiner. Nächstes Hauptsignal. Grün 16131 Meter. Die Siefer. Die Siefer geht dir auch manchmal auf die Nerven, oder? Ja. Ne. Nein, ich drücke sie mittlerweile ziemlich automatisch, aber sie nervt mich auch manchmal. Wie sie sich die britischen Strecken, wo wir sie nicht haben, die ich schön manchmal im Hintergrund fahren kann. 2500 Metern. Stimmt, ja. Bei den Britischen hast du nur das AWS. Und das sagt er eh immer, wenn du es drücken musst. Nächstes Hauptsignal. Grün. 2250 Meter voraus. Liebst immer, wenn es gedrückt werden will. Ja. Okay, ja, ich muss die Geschwindigkeitsbegrenzung nochmal überarbeiten. Hier sind eigentlich 160 Meter erlaubt. Aber irgendwo dürfte ich dann Programmierfehler haben, deshalb sind es nur 100. 1750 Meter voraus. Ich stehe noch die Uhr in der S-Bahn, wo die beiden Straßenbahn, die eine S-Bahn und die Busse drücken waren. Hast du die noch, die Person? Nein. Ah ja, ich habe die tatsächlich noch irgendwo. Nächstes Hauptsignal. Grün. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 160 Kilometer pro Stunde. 1250 Meter voraus. 105 Kilometer pro Stunde. 120 Kilometer pro Stunde. Ich kann es dir aber mal geben, da kannst du wieder Bus fahren. Hier sind wir in der aktuellen Nummer drin. Nee, lass mal. 750 Meter voraus. AFB aktiviert. 125 Kilometer pro Stunde. 160 Kilometer pro Stunde. 160 Kilometer pro Stunde. So, nach Felixstor können wir 160 fahren. 500 Meter voraus. Die Bremse ist bereits angezogen. Die Bremse ist bereits angezogen. Mind the gap. Für ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen. 2300 Meter voraus. Am Bahnsteig. 200 Meter voraus. Ja, du Tröse. 100 Meter voraus. Hier kann er sein, dass Leute am Bahnsteig stehen. Die muss man natürlich warnen. Bremse ist gelöst. Schock. 50 Meter voraus. Ja, stimmt. Es war außerdem zu spät. Ich war schon am Bahnsteig. Hier der Bahnsteig ist ungefähr 400 Meter lang in Felixstorff. Da hat sogar ein doppelter Railjet dran Platz. Was haben Sie? Da hat sogar ein doppelter Railjet dran Platz. Frag mich nicht, warum der so lang ist, aber ja. Es ist so. Und der Ausstieg ist eigentlich an der anderen Seite, aber egal. Ja, genau. Nach Wiener Neustadt. 8,4 Kilometer und der Besikers. 16 Uhr 17, 20. Und wir sind 5 Minuten 30 Sekunden zu spät, bis wir abfahren. Das geht sich nicht aus. Das geht sich nie aus. Wir sind nie in 3 Minuten und finden eine Neustadt von hier. Ich fahr mal selber. Hab irgendwie Bock drauf. Okay. Ich liebe ja den Status Monitor von TWS, ne? Ja, ich habe eh gerade den Finger auf der Geschwindigkeitsanzeige. Sonst müsste ich die ganze Zeit nachschauen. 140 schon. 150. 160. Außen. Da klingt das schon richtig schnell dann. Ja. Du musst noch mit 300 kmh vom ICE an dir vorbeibrettern. Nächstes Hauptsignal, grün, innen. Ja, ICE hätten wir auch fahren können. Na ja, können wir ja demnächst nochmal aufnehmen. Irgendeine schnelle. Wir haben eh eine schnelle E-Strecke. Ja. Die SFS, Brian Main. Dann geht es ja bis 300. Das stimmt. Die fahren wir demnächst mal gemeinsam, oder? Nächstes Hauptsignal, grün. Das ist eigentlich immer ziemlich cool, finde ich. Gefällt mir auch. Der Zug-Chef Felix. Der Zug-Chef Felix. Ich spiele mich manchmal so mit den Hörnern. Wenn mir ein bisschen langweilig ist. Ich würde fragen, du willst den Rettungswagen spielen? Ja, genau so. Das klingt noch besser, wenn wir draußen sitzen. Da passt das von den Böden nicht weg an. Zu den österreichischen passt es sowieso nicht. Die klingen ein bisschen anders als die Deutschen. Stimmt, wie kriegen die nochmal? Ich kann das gar nicht. Aber vielleicht brauche ich mal welche in TWS ein, die dann irgendwo herumfahren. Beständigkeitsvergrenzung von 60 km pro Stunde in 700 Metern voraus. Die Bremse ist bereits angezogen. Stell dir mal vor, wenn ich die PZB ganz realistisch gebaut hätte und fies wäre, was ich bin. Aber ja. Dann müsstest du diese Geschwindigkeitsbegrenzung zum Beispiel jetzt auch noch bestätigen. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 60 km pro Stunde. Bremse gelöst. Man muss nämlich in echt, wow, das ging echt gerade so aus, jede Geschwindigkeitsbegrenzung unter 85 km h bestätigt. Nächstes Hauptsignal, grüß. Ja, schon. Ganz gebiebt. 2500 Metern Flughafen. Na, das war nur die Seefahrt. Aber ich lass mal ein Zuglängenmesser laufen, ja. Ist recht. 200. Ja, der mag nicht können. Ne. 2.250 Metern voraus. Was ist los? Das frage ich mich auch, oder? Okay. Er hat das Fenster gewechselt. 2.250 Metern voraus. 2.250 Metern voraus. Prohe ich mich auch! Nein, dafür kann ich nix. 24.250 Metern voraus. 25.250. 25.250. 25.250. 26.250. Außensкимne Sichtbegrenzung. Bremse nicht lose. Bremse gelöst. Ja, das passiert. Restriktive Mons aktiviert. Die Bremse ist nicht gesetzt. 155 km pro Stunde. 100 km pro Stunde. 65 km pro Stunde. Bremse angelegt. Die Bremse ist bereits angezogen. Das darf ich jetzt erzählen. Ja. Das war eine restriktive Monsysteme. Jetzt. 20 km pro Stunde. 20 km pro Stunde. Bremsegewicht freut sich. Wie bitte? Und der Lüfter freut sich. Ja, der Zwangsenkampfer auch. Ich stelle dir mal vor, ich würde zur Hose wirklich rein. 1750 m pro Stunde. Die jetzt befreit mich, aber gerade noch recht. Nächstes Hauptsignal. Grün 1616 Meter. Geil. 223 Meter. Ja. Fünf waren es jetzt in Summe, oder? Ja. Ich habe sonst einmal die Woche eine. In echt. Und wenn ich allein fahre in TWS habe ich auch selten eine. Aber wenn ich rede, dann ja. Halt öfter. Hast du beim Fahrt schon mal raus? Beim Mitfahren? Ja, schon mehrmals. Um Meidling herum gibt es so viele Signale. Und beim Mödling, dass es da öfter mal welche gibt, die losfahren aus der Station und sofort eingebremst werden. Da denke ich mir dann auch so. 1000 Metern voraus. Nächstes Hauptsignal. Original das, was mir eben passiert ist, vergessen sich aus dem restriktiven Modus zu befreien. Und dann steht man wieder. Ja. Und das gibt gerade vor, wie habe ich so eine Alarmsifrede. 750 Metern voraus. Na, im Zug spielt man nur, dass er schnell bremst und führt halt, bis die Bremsen alle angezogen werden. Aber ja, im Führerstand gibt es genau diesen Alarm. Ja, ich meine gerade dieses vom Kompressor, glaube ich. Ja, das war der Kompressor, genau. 500 Metern voraus. Das meine ich. Das ist genau die Toner von so einer Alarmsifrede, von der Feuerwehr. Stimmt, ja. Oh, das ist immer blöd. Wenn wir in Kärnten sind direkt und nicht um 20 Meter bei uns entfällt, ist die Feuerwehr. Wenn wir die rausrufen werden, dann... Ja. Aber es dauert nicht mal eine Minute und dann ist schon wieder Ruhe, von dem her. Man hält's aus. Bremse anliegt. Die Bremse ist bereits angezogen. 100 Metern voraus. 65 Metern voraus. 50 Metern voraus. Ja, trotzdem. 30 Metern voraus. Es ist ein bisschen Feuerwehr, wenn was passiert ist. Es gibt keine, oder? 15 Metern voraus. Bremse gelöst. So. Nächstes Hauptsignal. Prüf. Nächstes Hauptsignal. Prüf. Nächstes Hauptsignal. Neustadt Hauptbahnhof. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mind the Gap. Reaktion. Prüf. Außen Maior. 16 Uhr 25, 20. Hab ich's nicht gesagt? 4 Minuten 20, Verspätung. Nicht schlecht. Nicht schlecht. 16 Uhr 25, 32. 16 Uhr 21, 0, 0, 0. Zurück. Leute, da sind alle ausgestiegen. Das heißt, wir schließen die Türen, weil er hier stehen bleibt und rüsten den Zug ab. Jo, Rums Shepard. Und es ist auf einmal sehr still. Ja. Ja. Sag mal so, ich hoffe, euch hat die Fahrt gefallen. 48.120 Meter. Status Monitor deaktiviert. Ja, den brauche ich jetzt nicht mehr. Und ja, wir nehmen sicher noch mal was auf, oder? Ja, definitiv. Genau. War ja eine nette Fahrt. Nochmal so die Statistik. Ich habe an allen Stationen gehalten, alle Geschwindigkeitslimits eingehalten, eine Silfer-Zwangsbremsung gehabt, weil mein PC in ein anderes Fenster gegangen ist, aus welchem Grund auch immer. Aber das war's. Na, fünf PCB-Zwangsbremsungen noch. Ja. Habe ich irgendwas vergessen? Nö. Ah ja, wir waren vier Minuten zwanzig zu spät am Ende. Ja, gut. Sehr erfolgreich, super. Es war nicht schlecht. Und ohne die ganzen Zwangsbremsungen wären wir wahrscheinlich pünktlich gewesen. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja, gut. Kein Übler-Schnitt. Na ja. Nur noch was zu sagen, oder? Nö, nicht so wirklich. Ja, na dann. Danke fürs Zuhören, Zusehen. Eher hören, man sieht ja nichts. Ja. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Wer weiß. Vielleicht haben wir mit CE oder so. Ja, mal sehen. Schauen wir mal. Tschüss.